So, hier oben oben, ja? Jetzt wirst du den Ton schärfer. Auf die schneiden Leute, was ich ihnen gesagt hab, auf denen wirst du aufpasst, ja? Und beim Bulli konzentrierst du sich verdammt noch mal. Und dann wollen wir jetzt mal die Spüche ausschauen und was dir dann, ja? Jetzt ist der Ton heiß. Jetzt ist kurz vor und spüche. Volle Konzentration. Heute wirst du es holen. Ja? Jetzt ist der Haarvacht. Ja! Jaaa! Ruhe! Gut Ende! Jawoll! Super! Hup! 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 Biss! Salzburger Marz, 2-2! Der Spielabbruch in der Landes-Liga, was war da jetzt los? Naja, das erste Drittel war ziemlich turbulent, ist zur Sache gegangen. Wir sind gleich Vollgas vorausgefahren. Im zweiten Drittel ist es dann etwas ruhiger angegangen, die ersten 10 Minuten. Da habe ich mir gedacht, das wird eine ganz super Partie und auf einmal ist ein Tepper, der Jack, war halt der Auslöser zu einer Vollschlägerei, sage ich einmal. Und so bin ich Spielerabbruch. Auf der einen Seite waren zu wenig Leute vom Marzga da und die Leute schon gesagt, dass wir eine Szene gespielt haben und wir wollen weiter spielen. Weil der Platz ist ihnen zu schlecht. Der Platz ist ihnen zu schlecht. remskrieg A trailernet dort lernt es sich Doggan was reichdich So ein Geschenk sah gar nicht gut Verberechen Wässlich sehen duörst del oben und du keine bist Ich sag nur Quèste Abbruch Ich setze Ange Was läuft jetzt los? Spielsau. Spielsau. Spielsau, oder? Ja, für nix. Was tut das mit dem Anfang, mit dem Crosscheck, oder? Ach so, ja. So sieht die aus. Was ist denn so selts? Geht's hauer, oder was? Weiß ich nicht. Weiß nicht. Marlotte! Oh! Oh! Oh, das ist so, ja. Ich hab' ein bisschen, ich hab' ihn. Wir haben einen. Ich hab' ein bisschen, ich hab' ihn. Das ist ein 120. Oh! 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 Schade ist es halt für euch, weißt du? Kommt euch keiner mehr. Der war ausgelöst halt für den großen Scheck, oder? Ja, gegen den Kleinen. Grüß Gott, Mr. Gang, der größte unserer Kleinen. Das habe ich nicht gesehen, das war genau im toten Winkel bei mir. 40 kg Schwara und eines der anderen hat sich beschwert und dann ist die Kekserei losgegangen. Warst du auch in der Rafferei dabei? Ja, kurz mal vorbeigeschaut. Die Visitenkarten vorbeigebracht, oder? Ja, schade ist halt. Ja, aber warum abgetreten? Weiß nicht, darum ging es nicht, aber wir sind immer so leid, dass wir noch spielen können. Erzähl ich leid. Ja, das ist so leid. Ja, das ist so leid. Ja, das ist so leid. Ja,er egale ist, dass wir hier oben gemacht werden. Also noch dabeiARON 맞아요! Ja, dann Battery Jack Vogel, der w Claudi ist Mathe. L Новdeuts Tag eine pinpointere Nummer 7-19-1995-1995 verse 1-190-2014-2014. Vielen Dank.